Herzlich Willkommen, liebe Zuschauer, bei Episode 52 von Anthem. Weiter im Text, Contract, Work, Fort Patrol. Das sieht doch auch hier so aus wie ein Monument. Das sieht doch 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 aus wie ein Monument. Ich mag diese Waffe nicht so besonders, sie so aufladen. Defeat the remaining enemies of camp. Wer soll's nicht? Das sieht doch aus wie ein Monument. Das sieht doch aus wie ein Monument. Das sieht doch aus wie ein Monument. Ich dachte, dass da kein Fragezeichen mehr war. Das sieht doch aus wie ein Monument. Wenn du die Schatz in den Monument. Das sieht doch aus wie ein Monument. Das sieht doch aus wie ein Monument. Oh, schwarze Mines. Wonderful. Grapple's Fragments. Slowly? was soll ich mitnehmen das hier es Und das ist der letzte Fragment. Schau, wir sind noch nicht fertig. Wir haben eine Volatil-Shape-A-Rolle nebenbei. Es muss sich geblieben werden. Entstanden. Wir sehen, was das kann. Wir sehen, was wir sehen, was wir sehen. Wir sehen, was wir sehen, was wir sehen. Wir sehen, was wir sehen, was wir sehen. Oh nein. Keine Scorpions. Keine Scorpions. Da, ein Fragment. 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 Da. Ah, hier kommt ein großartiger. Das war's. 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 Du kannst nicht erinnern oder verstehen, aber es ist für die besten, Leighton. Ich denke, dass sie vielleicht erschrocken. War ich eine andere Frau? Aurora? Ich glaube nicht. Es ist wahrscheinlich besser so. Was, wenn ich mich nicht erinnern möchte? Wenn ich gesagt habe, Prism-Tacit, das bedeutet nichts? Nein. Ich glaube, Tassin verändert sich alles. Ich weiß, Tassin. Sie kommt bei, manchmal. Sie fragt mir meine Hilfe. Ich war ein Spie. Was für eine Hilfe? Sie braucht informiert über Korvus-Agenz und Missions. Aha. Ich bin sicher, sie ist gut zu nutzen. Es passen die Zeit. Ein Tag blüht in den nächsten. Ich fühle mich als ich ein Prisoner, aber ich kann nicht sehen. Ich liebe Nadira. Without sie, ich weiß nicht, ob ich weitergehen kann. Wenn Sie sie sehen, lass sie wissen. Sure. Ich bin sorry. Wir kennen uns alle. Goodbye, Leighton. Oh je. Ja, ich fühle mich doch ein bisschen beschissen dafür, dass ich hier auf der Seite des Staates sozusagen gewesen bin und die Sicherheit vorgezogen habe. Irgendwie so, ja. Aber wer hätte das wissen können, ja? Wer denkt, sie können Cassian Tristiano schocken? Bartender? Wie geht es dir? Was ist das? Was hat... Okay. Oh, gut. Ein Contender. Du bist so smart genug. So smart genug für was? Für mich zu übernehmen. Cassian Tristiano, in deinem Service. Du bist der Freelancer. Ein Freelancer. Es gibt mehr als einen. Really? Das zeigt, was ich weiß. Insofern, wie geht es ein Spiel von KS? Was? Korok Shit. Ich erzähle dir eine Geschichte, dann entscheidest du es, oder ein Steaming Pile von KS. Ja, müssen wir ja mitmachen. Das ist alles Bullshit. Total KS. Korrekt. No such thing as a Meglador. Your turn. Ich erzähle ihm eine True Story, okay? Ich bin inside the Heart of Rage. The Heart of Rage, eh? Well, you are a Freelancer. But your expression is too blank. KS. Nope. True. No way. Sounds made up. Everything that happens out there, sounds made up. Your turn. I've come north to find my only brother, Orion. Haven't heard from him in weeks. Das hört sich sehr... You're telling the truth, aren't you? Congratulations. You're correct. Don't suppose you know a young man from 420. Why did your brother come here? Opportunity? Trouble is, I don't really know. He'll turn up. Until then, I passed the time with stupid games. Have you asked the bartender about your brother? The bartender? Why didn't I think of that? Seems like a safe bet. Yeah. I should take the safe bet more often. But safe doesn't always get you what you want, right? The safe will keep you alive. What are you doing? A sentinel? Thanks for the advice. Now, off to chat with the bartender. Good luck, Cassian. Luck? Yeah. Luck. Hmm. Da steckt mehr dahinter. Vielleicht treffe ich ihn ja wieder. Irgendwann mal. Cool, dass es immer noch weitere Charaktere gibt, die man hier kennenlernen kann. Selbst zu diesem Zeitpunkt des Spiels, wenn die Story eigentlich rum ist. Äh, ja. Mehr gibt's ja dann nicht zu sehen, ne? Ja, dann ist Zeit für den nächsten Contract. Oder auch mal eine Stronghold. Könnte man auch mal wieder machen. Was gibt's denn gerade für Strongholds? Die habe ich zuletzt gemacht. Tyrant Mine. The Temple of Scar habe ich als Seasonal gemacht. Aha. Ja gut, das Heart of Rage mache ich nicht, weil das kenne ich noch. Also wenn, dann würde ich das hier machen. Mal schauen. Aber ich denke, ich werde das mal weitermachen mit Contracts. Ich möchte gerne die, äh, die Loyalty Challenges erreichen. Gut. Dann... Machen wir den ersten Legendary Contract für Matthias. Disaster Protocol. Bis dann, Leute. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin. Macht's gut. Ciao. Wir sehen uns im nächsten Video. Nicht äh. Untertitelung des ZDF, 2020